hey ho leute willkommen zu einer neuen folge minecraft sorry dass in der ersten folge minecraft mit soweit die games nichts mit dem ton ging deswegen wird jetzt die folge gleich hinterher kommen und so sorry ich habe das erst zu spät beim hochlanders mitbekommen und konntest mit dem abbrechen und ich habe mega fehl gemacht ich habe keine aufnahme habe ich jetzt aus versehen gelöscht die ich habe in der folge vor produziert und die habe ich aus versehen gelöscht jetzt muss ich noch mal eine neue folge machen diesmal stelle ich euch mal vor er sagt mache ein verspiel maskei was und ich das tut mir echt leid als mir die ich kein ton gehabt ich bin ich noch voll das tut mir unendlich leid so ich gehe einfach mal hier in die lobby wieso ich will das jetzt wir warten wir warten hui und und ich glaube ich habe mir gerade rausgeschnitten mal wieder also nicht mal wieder aber skybox pack noch ein bisschen 1 2 und gelb nein wir wollen einfach rausgeschmissen eiskalt so 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 jetzt will ich nochmal neu anfangen eine neue Runde Skywars finde ich persönlich macht mir nicht so viel Spaß und macht mehr Bedrocks und Survival Games aber ist ja jeden sein Geschmackssache so hoffentlich wird es diesmal mit mehreren sein und nur mit mir und den anderen Typen ja diesmal sind wir auf einer mehreren Map nein schmeißen so jetzt hier hoch so 200 Kiste fail super erstmal alles mitnehmen so bis aufs ähm letzte looten oh sind jetzt noch mehr Kisten ja cool klären Eisenschwert mit so so und Leute ich weiß wenn ich gedrückt halte tue ich alles mehr also schneller reinziehen in meinen Inventer aber ich mach das ich mach das ich mach dir mal ein paar Blöcke für die Mitte Bogen rote Beete kann man immer gebrauchen so immer mal gleich Sandstein mit so rüber bauen nein mega fail ich hab vergessen meine Sneak Taste zu machen plötzlich zu berät im jetzt setz mal zurück auf der Titelschулseite ohne Titelscheid das war dann auf der Lobby, so, gehen wir einfach mal wieder rein, ja, na los, geh rein, ja, wir warten auf Spieler, ja, ach, dann schon wieder die Map, tschu, wir haben ein Frieden, ach, dann schon wieder das Enderportal, ach man, das ist doch blöd, so, ja, ja, hoffentlich geht's diesmal, wir packen, wir packen, juhu, wir sind so weiter Spieler, oh ja, es geht los, in fünf, zehn, und Spaß, so, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, und, ja, bei mir ist ja alles weiß, was ist das für ein Blödsinn, oh cool, es ist ja zwei, ja, später, naja, was soll ich jetzt noch groß machen, kein Pfeil, kein Bogen, nichts, alles nur weiß, ja, ich kann dir nichts machen, so, und, ich sag jetzt, ich verabschiede mich jetzt schon von dieser Folge, weil, ähm, ja, es gibt dir nichts mehr groß zu erzählen, und ich wollte mich damals sehr entschuldigen, dass in der ersten Folge kein Ton kam, ähm, es tut mir wirklich unendlich leid, und ich würde mich freuen, wenn, ähm, wenn ihr ein Like da lassen würdet, und mich abonnieren würdet, das wäre sehr nett, danke, und den guten, lieben Rex und noch im HD mit, ähm, abonnieren und liken, dann verabschiede ich mich, mit nem Ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.